Der TV-Hilboldstein von der 2. in die 3. Bundesliga abgestiegen, dann in die eingleisige neue 2. Bundesliga aufgestiegen und Herbstmeister 2015. Spannender kann es gar nicht sein. Alle Mannschaften der 2. Bundesliga in der Saison 2015-2016 ganz nah beieinander. Top-Spiele mit Spielern der erweiterten Weltklasse. Unter Fachleuten sagt man, die 2. Bundesliga Germany sei die drittstärkste Liga Europas. Auch das war ein Krimi ohnegleichen. Von Anfang an hatten immer die Passauer leicht die Nase vorn. Mit dem 2. Einzel von Alexander Fleming, der schon auf der Verliererstraße war. Dann das Spiel drehte, kippte auch das ganze Match und endete nicht wie die Passauer hofften zu ihren Gunsten. Und nicht womit sich viele Hilboldsteiner schon zufrieden gegeben hätten mit einem Unentschieden. Sondern durch einen sensationellen Endspurt von Dr. Nico Christ. Das ist dann auch noch mit einem 6 zu 4 für die Hilboldsteiner. Aber es warten schon wieder ganz schwere Aufgaben. Zum Beispiel das Spiel gegen den TSV Bad Königshofen. Der sich natürlich ebenfalls Aufstiegshoffnungen machen darf. Und vielleicht ganz vorne stehen würde, wenn Topstar Kilian Ort nicht so lange verletzt gewesen wäre. Und sogar vom deutschen Tischtennispunkt ganz persönlich die Verpflichtung auferlegt bekam, das Training und das Spielen ruhen zu lassen. Danach geht es zu einem vermeintlich leichteren Spiel, falls es das in dieser Liga überhaupt gibt. Und dann zum Endspurt noch einmal ganz heiß die Fürstenfeldbrucker. Auch die rechnen sich noch eine klitzekleine Chance aus. Vor allen Dingen dann, wenn Florian Schreiner zur Altersstärke zurückfindet. Denn der hat ja im letzten Jahr pausiert oder zumindest sein Training etwas zurückgefahren, um sein Abitur zu machen. Man sieht sich also am 24., Quatsch, am 28., Sonntag 28. Februar um 14 Uhr in der Stadthalle in Hilpulstein. Vielen Dank.